recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft together mit dem knoller spielt hallo ich bin auch dabei wie immer immer noch am kathedrale bauen die kathedrale hat jetzt einen schönen hut zumindest zieht zu haus und wir sind auf dem damakash server ja nicht zu vergessen nicht zu vergessen haben die kathedrale eigentlich auf einem anderen server weitergebaut und sagen wir haben die welt herum natürlich genauso gebaut so eigentlich genau und aus der ferne habe ich gesehen dass wir vielleicht besser hier natürlich nicht so arbeiten sondern vielleicht mal gerade die fenster ein tiefer machen weil ich glaube das sieht besser aus so sind wir tierisch stark am arbeiten hier und jetzt hier wo schwierig wird da kommt er nicht hin das ist klar ne ja okay schwierig wird da macht er nicht mit das wird ja gar nicht schwierig ich bin nur runtergefallen loser ja ich zeig dir gleich loser da brauche ich die ganze kathedrale wieder ab dann sehen wir mal wie der los hat soo beinahe wäre ich runtergefallen wahrscheinlich gut lassen wir erstmal so denke ich hier ist ganz schön dunkel ne haben wir noch fackeln ich weiß nicht ne ich hab keine ich hab noch drei stück ich weiß auch nicht warum du die fackel dir weg machst ne was wir waren zwar noch nie welche aber warum machst du weg sollten wir hier noch ein paar dinge hin machen weiß ich jetzt gar nicht hier ist so noch einen hin und hierhin wollen wir noch was umbauen kann das sein oder vertue ich mich da äh hier so ne ne das habe ich schon umgebaut wir müssen da unten drunter noch um oder so was so jetzt kommen wir schön rum gehen gehen wir runter oder was und jetzt können wir die treppe innen schon weg machen oder nicht die sandtreppe ja die dreck treppe hier ist das hier äh f5 nein f3 f3 granit wieso steht der granit vor der tür mhm da oben ist nur ein loch in der decke super geklappt so das habe ich jetzt schon weg gemacht hier geht's rum und runter soll ich im turm die treppe weg bauen oder nicht was meinst du cool wäre natürlich hier so ne so ne glocke hin zu hängen irgendwie ne aber das ist wahrscheinlich zu schwierig das zu machen oder weiß ich nicht ich mach mal was ich probiere mal was kann ich dich hier nicht mehr halten wahrscheinlich ist die trocken die treppe ist bestimmt nicht symmetrisch ne oder 3 4 5 6 na doch könnte sogar sein 1 2 3 4 4 da wäre die mitte ne 3 da 3 da ok es gibt eine mitte haben wir noch mehr steinung runtergefallen toll an die sieht ne das brauchen wir nicht das haben wir nicht mehr hoch jetzt da durch na super ok gut jetzt muss ich da irgendwie hin ne muss ich eigentlich mit der schippe abbauen haha ich sehe was wir glaube ich jetzt aber doof aussieht ok wenn wir hier vorne die kreuze haben die sind nämlich jetzt ein höher ok ich muss hier um sich lang es kommt nicht hoch so darunter voll ist aber ganz schön tief sehe ich gerade hoch so jetzt habe ich das erst mal geschafft wenn du unterspringen musst du wenigstens empfehlen sollt oder so machen ok sonst ist es ja langweilig für die Zuschauer komm ich da schon hin? nein komm ich nicht hin super doof ok das hat geklappt klappt es von hier aus drüben auch rüber? natürlich nicht ah doch geht jetzt fehlt mir wahrscheinlich gleich ein Holz nee hat geklappt so jetzt habe ich noch nicht wahrscheinlich das passende Material dabei was man da benutzen könnte Oh das lange was sollte man da nehmen ne das sieht ja fast aus wie Eisen hmhmhmhmhm So 1 2 3 4 ähh ich glaube das muss ich von oben mir angucken wenn 1, 2, 3, 4, 7, passt also auch. So, dann würde ich sagen, 1, 2, 3, da einen hin und da auch einen hin. Ja, dann müssen wir irgendwas bauen, aber ich weiß noch nicht was. So, also ich habe hier gleich den Turm, sage ich mal, endabgerundet. Okay. Wenn man das so nennen kann. Ich bräuchte jetzt Steine, aber ohne Muster. Haben wir sowas? Nee, noch zwei Stück habe ich noch. Ich will dann mal eine Glocke probieren zu bauen. Die baut man ja so direkt ab, oder wie war das? Du kannst eigentlich Metallblöcke nehmen, das wird viel besser aussehen. Habe ich keine. Oder das wird zu teuer. So teuer sind die gar nicht. Nee. Neun Eisen pro Stück. Oh, da gibt es noch Kohle. Ja, gut, bauen wir das ab. Und jetzt wird immer mehr Kohle auch schön. Das war klar, dass mir sowas passiert. Oh, Knolle fiel aus großer Höhe. Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit die falsche Tastik. Einmal Loser, Baby. Zeit. Wenigstens tue ich was Vernünftiges. Ja, meint sich mit Steinen abbauen ist nix Vernünftiges? Nee, ist es nicht. Ich baue ja welchen dazu. Das heißt, wenn man so sieht, machst du genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Ja. Wenn man ins Produktiv ist, ist das natürlich unproduktiv. So, jetzt müssen wir noch was in den Ofen stecken wahrscheinlich, ne? Oder? Ich habe doch Kohle gerade abgebaut. Wo ist die denn da? Sieht man kaum. Da muss man die Augen aufmachen. Ah, ah, ah. Jetzt kriegst du alles zurück. So. Ja, jetzt hat er die da reingepackt. Und die da rein. Dann kriege ich die raus. Das ist das, was ich brauche, Albert. Ja. Den Eimer habe ich noch. Dann kann ich nochmal Loot holen. Die gab es hinten, oder? Vertriebe ich mich? Nein, da ist sie. Gut. Wunderbar. Ne, warte mal. Haben wir keine Steine mehr? Ich bin gerade welche normale am Brennen. Die brauche ich aber für die Glocke. Einmal... Ah, danke. I'm a loser, baby. Hast du noch... ähm... äh... ...musterte Steine? Die von der... ...außenhaut? Solche. Ja, ja, solche hier. Da liegen welche. Äh, flache habe ich auch noch vier Stück. Wollt's hier auch noch haben. Nö. Hat... Gerade, äh... ...sach schon. Oh, da sind gar keine mehr drin. Na, dann nehmen wir da mal... ...ah... ...die Kohle raus. Stecken die da rein, dann haben wir da mehr Produktion wahrscheinlich, ne? So, 16 Steine habe ich. Das reicht. Hm, 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 hm. Ach, ich gehe da erstmal hin, bis die anderen fällig sind. Ne, ich glaube, ich muss hier unten lang. Zuck, zuck, zuck. Auf Wiederum ich das immer. Und... Steine einfach bauen, ne? Geht ja viel einfacher. Ah, okay. Zack, zack, zack. So, jetzt muss ich da erst einen Höfstein bauen. Ne, den kann ich noch... Ne, da kann ich schon einen Höfstein hinmachen, du hast. So, ich habe jetzt hier unten... So. ...die Mauer vom Turm habe ich jetzt gerade gezogen, sage ich mal. Um, beim Zipfel, da fehlt noch was. Aber, ich glaube, das machen wir auch die nächste Folge dann. Äh, echt? Ja. Ich habe doch noch gar nicht die Glocke fertig. Ja, ist mir egal. Ich habe aber meine Teil fertig. Sehr viel produktiver. Alles klar, danke. Was baust du denn so eine Glocke, wie groß ist denn die? Ja, ich probiere so gerade mal ansatzweise zu machen, ne? Oben, ne? Ja, ich bin oben, ja. Ne, unten nicht. Im Keller habe ich die aufgehangen, alles klar. Ach, wie komme ich denn da jetzt hin, ey? Das ist ja voll Lob, ey. So. Gut. Ah, da ist die Glocke. Mhm. Was ist denn das für ein Stein? Birke. Holz. Nicht Stein. Shit. So, da. Das passt. Und ich glaube, dann muss dann noch einmal so eine Reihe runter her. Und dann kommt eine Außenreihe dran. Warte mal das. Machen wir so. Ach, hier geht das nicht hin. Jetzt müsste ich ein bisschen tiefer. Und dann muss ich irgendwo anders lang gehen. War das da auch noch hin? Oh, da ist einer runtergefallen. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe dich nicht runtergeschubst, damit das schon mal klar ist, ne? Doch, klar. Da muss ich nochmal eine Brücke bauen, damit ich da hinkomme. Ja, ich weiß nicht, dass es immer so komisch, wenn man so viele Spiele spielt. Da ist bei dem einen Spiel so docken, bei dem anderen so docken. Ich bin gerade, glaube ich, runtergerannt. So, das hat geklappt. Und dann muss da, glaube ich, der hin. Dann da einer hin. Vielleicht wird das so eine Glocke. Ach, hier habe keine mehr, sonst shit. Hast du noch Steine? Nö, habe ich immer schon ersetzt. Okay, aber so müsste die ungefähr werden dann. So, ich glaube, jetzt gehen wir Richtung Bett oder Hofen und dann schauen wir nächste Folge weiter, oder? Ja. Willst du wieder eine Abkürzung nehmen? Runterspringen? Ja, okay. Dann würde ich sagen, Richtig sehr Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.